Grüß euch Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Diese Bilder habe ich im Laufe der letzten zwei Wochen gemacht und da sieht man jetzt ein paar von den restlichen. Aber ich finde, das hier ist eines der schönsten von denen, die ich meist gemacht habe. Und das hier. Das war eines der ersten. Ja und das wollte ich euch nur einmal kurz zeigen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Über ein Abo, eure Kommentare zu diesem Thema und natürlich ein Like. Würde mich sehr, sehr freuen. Bleibt cool und gesund. Euer Maik.